Ich bin zum sechsten Mal jetzt dabei. Angefangen hat es ja vor zehn Jahren in Trabemünde. Ich habe alle sechs unter den Mittelstandsforen mitgemacht. Immer wieder hochinteressante Themen, die bringen einen zum Nachdenken über die Neuerungen, die es gibt. Ich denke, das ist natürlich jetzt, was wir jetzt hören, der revolutionärste Schritt mit der Digitalisierung im Baugewerbe. Ich selber bin im Tief- und Straßenbau tätig. Auch hier bin ich gespannt, was man hier für Impulse mitbekommt, für diesen Spezialzweig der Baugetriebe. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mal ein großes Lob loswerden, nämlich ein Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BRZ. Was sie hier auf die Beine gestellt haben, das ist natürlich ganz toll. Nicht nur immer wieder diese ganzen tollen Locations, sondern auch die Themenvielfalt, die hochspannend und hochinteressant ist. Was sie hier auf die Beine gestellt haben?